Ein, ein, ein Italiener. Was? Ja. Und ein Franzose. Ich fass es nicht! Und ein Amerikaner. Ich hab keine Worte! Alle drei sind Piloten! Ach, das wird ja immer besser! Ja und? Die haben sich unterhalten! So, unterhalten? Ja, und weißt du auch worüber? Dann sag's doch, wenn du dich traust, Dodo! Darüber, was sie tun würden, wenn er bald das Radar und die Funkverbindung ausfallen! Was würden die Herrschaften denn tun? Ja, der Amerikaner sagt, ich schau aus dem Fenster, suche die Freiheitsstatue, zack, na ja! Als ob das so einfach wär! Du Schlampe! Ja, und der Franzose meinte, ich seh aus dem Fenster, such den Eiffelturm, schwupp, Paris! So, so, der Franzose! Und was hat der Italiener gesagt? Der Italiener hat gesagt, ich mach das viel einfacher! Arm raus, Arm rein, Arm hat nur weg, Napoli! Napoli! Ich hab's die ganze Zeit geahnt!